Musik Unsere heutige Tour führt uns auf die Chesaplana mit 2966 Metern. Die ersten Höhenmeter bewältigen wir mit der Lüner Seebahn. Eine Alternative dazu ist der böse Tritt, welchen wir von der Gondel aus sehen können. Herzlich Willkommen, heute sind wir wieder mit WeigauTV unterwegs, auf dem schönsten Gipfel im Weigau. Wir sind heute mit öffentlichen Verkehrsmitteln über Blutetz durch das Brandner Tal hoch. Hier zur Lüner Seebahn, mit der Seilbahn fein hoch, auch hier wieder die Montafonkarte vom Vorteil. Wir sind jetzt hier an der Staumauer, zum Lüner See, der noch halb leer ist, wie viele wissen. Wir gehen nachher hinteren da, hoch auf die Tote Alp. Die Tote Alp wollen wir ein bisschen trinken und gehen dann hoch auf die Chesaplana mit 2966 Metern im Rätekon, einer von der schönsten und höchsten Gipfel da. Die ersten Meter bis zur Weggabelung Richtung Tote Alphüte laufen wir auf dem breiten Gehweg entlang des Lüner Sees. Der strahlend blaue Himmel und die angenehmen Temperaturen sind angenehme Wegbegleiter auf unserer Tour. Bei der beschilderten Abzweigung in Richtung Tote Alphüte verlassen wir den breiten Gehweg und nehmen jetzt die ersten Höhenmeter des heutigen Tages in Angriff. Gutes Schuhwerk und Wanderstöcke sind für den bevorstehenden Aufstieg hilfreiche Ausrüstungsgegenstände. Schuhwerk und Wanderstöcke sind für denouste Angriff. Nach einer knappen Stunde ist die Totalphütte in Aussicht und wir halten kurz an, um etwas zu trinken. Hinter uns liegt ein schöner, aber recht steiler Aufstieg. So, wir sind jetzt nach einer Stunde Gehzeit auf die Totalphütte auf 2385 Meter. So, ganz toll, die charmante Wirtin Conny hat uns schon begrüßt mit einem Schnäpschen und einem guten Bier. Es ist schon ein guter Neinstang, Conny. Schön, dass wir die besuchen können. Was ist dir wichtig da auf der Totalphütte? Wichtig sind wir ganz nette Gäste. Schönes Wetter natürlich. Und was kann man gut zu essen bei dir oben? Unsere absolute Spezialität sind Strudel. Also wir haben einen Topferstrudel und einen Apfelstrudel natürlich hausgemacht. Und zur Zeit haben wir auch einen Zwetschgerstrudel. Und was noch ganz beliebt ist unsere Käsesuppe. Nach einer kurzen Verschnaufpause geht unsere Tour auf die Chesaplaner weiter. Es sind noch knapp 600 Höhenmeter, die wir bewältigen müssen, bis wir am Gipfel sind. Nicht nur unser Weg, auch die gesamte Umgebung ist ein Meer aus Steinen. Obwohl wir schon farbenprächtigere Touren hinter uns gebracht haben, hat diese Landschaft auch ihre faszinierenden Seiten. Nur einige wenige Pflanzen kommen mit diesen Verhältnissen zurecht und zeigen sich uns von ihrer schönsten Seite. Jetzt sind wir hier auch von der Toten Alb eine Stunde raufgegangen und machen eine kleine Rast. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man mal Informationen ergibt, Was ist wichtig, wenn ich so eine Tour mache? Erstens einmal gute Ausrüstung. Schuhe, Regerschutz, eine warme Acker, gerade wenn man Richtung 3000er geht. Denn unbedingt ein Homsäger, wo gehe ich rein? Dass jemand weiß, wo man ist. Dann Handy nicht vergessen, Akku geladen, ganz wichtig. Da kann man die internationale Notrufnummer 112 immer wählen. Denn ganz wichtig, genug zum Trinken. Am Gipfel kann man dann zur Belohnung auch was anderes noch dazu trinken, aber da kann man dann dazu. Und noch ein Irrtum, wo viele Männer, viele sagen ja, ich nehme Traubenzucker mit auf den Berg. Traubenzucker ist genau das Falsche, weil da kriegst du ganz kurzfristig einen Energieschub und dafür noch einen riesen Abfall der Leistung. Also viel, viel besser ist zum Beispiel Manoschnitter, Snickers oder ein Stückchen Schokolade. Das gibt Kraft, die anhaltet. Nach dieser kurzen Pause und einer kleinen Stärkung setzen wir den Aufstieg fort. Der lose Untergrund verlangt Konzentration und der steile Weg zehrt an den Kraftreserven. Aber wir gehen Schritt für Schritt in einem gemütlichen Tempo dem Gipfel entgegen. Bis zum nächsten Mal. Nun liegen die letzten Meter zum Gipfel vor uns. Das Ziel ist in greifbarer Nähe. Wir sind auf der Schösaplaner angekommen. Wir haben den Gipfel erreicht von der Schösaplaner, 2966 Meter. Schaut mal da raus, wie schön wir haben. Die Gipfel haben wir übrigens viele gemacht. Da hinten sieht man noch Mannheimer Hütte. Da hinten sehen wir den Navkopf, Gurte-Spitz, da vorne Schillerkopf, Mondspitz, hinten Hochgerach, wo wir gewesen sind, der ganze Walzerkamm. Da oben zum hohen Phrasen sind wir auch schon gewesen. Und wenn wir da jetzt direkt vor uns den wunderschönen Ansehen anschauen, das ist Zimba da. Zimba ist ja die Perle im ganzen Rätikon da oben. Im Hintergrund der Zitterklapfen, die ganzen Berge am Arlberg. Das Stückchen sieht man von der Roten Wand. Wenn wir dort Richtung Arlberg, Tirol, der Patriol. Und da unten der sich füllende Lünersee da. So, und da sieht man jetzt einmal den ganzen Gletscher da oben. Im Hintergrund der Mannheimer Hütte. Der Panueler, wo ja eine wunderschöne Tour ist vom einzigen Himmel rauf, also von der Gamperton. Und den kann man in der Mannheimer Hütte sich stärken. Quer da unten über den Gletscher rumgegangen, der Liechtensteiner Höhenweg. Und dann über Salroul, entweder wieder in die Gamperton oder um in die Pfälzer Hütte. Denn dann sieht man jetzt wieder schön den Navgehupften. Nach einer ausgiebigen Pause am Gipfel nehmen wir nun den Abstieg in Angriff. Solchen Abstieg sollte man nicht unterschätzen. Durch die Steilheit und den losen Untergrund werden unsere Oberschenkel und die Knie ganz schön beansprucht. Doch dank unserer Stöcke können wir unseren Beinen einiges abnehmen und fühlen uns so einfach sicherer. Nach circa einer Stunde passieren wir die Totalphütte und setzen den Abstieg Richtung Lünersee fort. Geschafft. Wir sind am Lünersee angekommen und gönnen uns jetzt einen kühlen Radler und eine feine Jause in der Douglas-Hütte. Das freundliche Personal sorgt bestens für unser Wohl. So, jetzt geht's los. Einmal Lumpensalat für dich. Lass es euch schmecken, Mahlzeit. Und dann für dich, bitteschön. Den dritten stellen wir runter. Ja, super. Ja. Für uns geht's gut. Lass es euch schmecken, hau ihn rein und es gibt ja noch andere gute Sachen. Könnt ihr wieder einmal. Also gut, Mahlze miteinander. Lass es euch schmecken. Gut gestärkt nehmen wir die letzte Bahn talwärts. Eine wunderschöne, anspruchsvolle Tour liegt hinter uns. Die Schäserplaner. Die Schäserplaner. Untertitelung. BR 2018